Jetzt bewegen wir uns auf dem Weg zu der Frage, was ist das... Sind die Hände rau? Sind die Hände rau? Ein bisschen, genau. Müssen wir Handcreme nehmen. Oh, hast du mal kurz Handcreme für mich? Psst. Okay. Auf dem Weg zu der Frage, was ist das kleinste gemeinsame Vielfache, müssen wir erstmal klären, was ist ein gemeinsames Vielfaches. Erstmal müssen wir wissen, was ein gemeinsames Vielfaches ist, um dann zu wissen, was ist denn das kleinste davon. Deswegen definieren wir uns jetzt mal gemeinsames Vielfaches. Gemeinsames Vielfaches heißt, wir brauchen erstmal zwei natürliche Zahlen, sonst gäbe es kein gemeinsames Vielfaches, also seien A, B, Element N. So, gemeinsames Vielfaches bedeutet, jedes V aus folgender Menge, nämlich, wir nehmen mal die vielfachen Menge von A und die vielfachen Menge von B und schneiden die, jedes V aus dieser Menge heißt gemeinsames Vielfaches. von A und B. Ja, also wir nehmen uns die Vielfachen Menge von A, wir nehmen uns die Vielfachen Menge von B und schneiden die beiden. In der Schnittmenge dieser beiden Mengen sind ja diejenigen Elemente, die in beiden Mengen enthalten sind. Also sind darin die gemeinsamen Vielfachen. Machen wir auch gleich ein Beispiel noch. Nehmen wir mal die Vielfachen Menge von 6, schreibst du gerade mal hin, 6, 12, 18, 24, 30, 6 und so weiter und so weiter. Ja, und die Vielfachen Menge von, ja, nehmen wir mal die 5, ist gleich 5, 10, 15, 20, 25, 30 und so weiter und so weiter. So, was ist denn dann in der Menge der gemeinsamen Vielfachen? Also was sind denn die gemeinsamen Vielfachen? V A geschnitten mit V B. Welche sind das? Ja? Ja, 30, 60, 90 und so weiter. Und so weiter und so weiter. So. Okay. Also, jetzt haben wir hier eine Menge definiert der gemeinsamen Vielfachen zweier Zahlen und das ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Und nach dem Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen hat ja jede Teilmenge ein kleinstes Element. Also hat auch diese Menge ein kleinstes Element und dieses kleinstes Element nennen wir kleinstes gemeinsames Vielfaches. Formal definiert sieht das dann so aus, kleinstes, gemeinsames Vielfaches. So, wieder sein a, b, Element n. Sie merken, so eine Definition hat eine gewisse Struktur. Wir müssen erstmal festlegen, wovon wir ausgehen. Wir haben hier zwei Mengen, seien a, b, Element n. Außerdem definiere ich mir nochmal einen Kürzel für die Vielfachenmenge, für die Menge der gemeinsamen Vielfachen. Nehmen wir mal Groß V. Gerade die Menge der gemeinsamen Vielfachen von a und b. Jetzt definieren wir uns mal so ein K, sei K Element V. Mit, oder mal und es gelte, für alle V aus der Menge V gelte V, nee Quatsch, K kleiner gleich V. Dann müssen wir ein bisschen mit den Vs aufpassen, ne. Wir haben hier ein großes V, das ist die Menge der gemeinsamen Vielfachen. Dann nehmen wir uns mal so ein K aus V und außerdem gelte, dass für alle kleinen V aus Groß V, K kleiner gleich diesem V ist. Also K ist kleiner gleich allen Elementen aus der Menge V. Dann heißt K, kleinstes gemeinsames Vielfaches, kleinstes gemeinsames Vielfaches von a und b. Man schreibt auch K ist gleich K, g, v, klein k, klein g, groß v von a und b. Nun, das ist eine Funktion hier, K, g, v, sie stecken a und b rein und kriegen das kleinste gemeinsame Vielfachen raus. Vielen Dank!